Gestern haben wir euch die neuen Jerseys der Men in Blue vorgestellt. Heute zeigen wir euch die Jungs, die im Jahr 2018 erstmalig eines dieser begehrten Jerseys tragen werden. Hier sind sie, die Rookies der Cardinals 2018. Alexandros Alexio, 19, Dortmund Giants, Cornerback. Jan-Malte Jarcho, Düsseldorf Panther, Running Back. Timo Klein-Lütke, Arsenio Cardinals, 26, Linebacker. Björn Mustereit, 31-Jährige, Cardinals, O-Line. Jean-Paul Gatzke, 20 Jahre alt, Arsenio Cardinals, Cornerback. Justin Goveling, 18 Jahre alt, Arsenio Cardinals, 19, Linebacker. Lukas Zass, 21, Kevlar Kings, Linebacker. Evo Wichke, 39, Bochum Cadets, Defensive Line. Mario Lenze, 28, Duisburg Thunderbirds, Defensive Line. David Deasy, 23, Neumensport, D-Line. Lennart Nebel, 22, Cardinals, Cornerback. Tim Hilringhaus, 26, Duisburg Thunderbirds, D-Line. Fernando Schiener, 21, Milam Chemrocks, jetzige Running Back bei den Cardinals. Christian Winzen, 19 Jahre, White Receiver, aber jetzt bei den Cardinals. Yannick Hirschfeld, 19 Jahre alt, komme von den Cardinals und spiele dieses Jahr 6. Phil Kotzinger, komme von den Cardinals, bin 1, 20 und spiele den Linebacker. Max Goldstein, 20 Jahre jung, aus der U19, auch untide. Martin Krohbeck, 19 Jahre alt, komme auch aus der Jugend und spiele Porta Rechen. Tim Stagg, 20 Jahre alt, komme aus der Jugend von den Cardinals und spiele Running Back. Yannick Schackg, 19 Jahre, komme aus der Jugend, Pro und Spiegel. Greg Wester, 28 Jahre alt, Asenia Cardinals und Spiegel. Frank Colton, 31 Jahre alt, spielt bei Osan Seahawks, Love Tucker. Jeffrey Lasse Boateng, 25 Jahre alt, ehemaliger Global Giants. Ich bin der Erste, 18 Jahre alt, ehemalig Global Giants, Offense Line. Daniel Kemp, 20 Jahre alt, komme aus der Jugend der Cardinals. Wir sehen uns beim nächsten Mal.